hallo liebe angefreunde ich bin paulo stück mit weiter du hast fischi der mit dem bad alter ich darf es hier das ist frank und wir haben allerdings gestaltet sich das angeln sehr sehr mag nicht so richtig klappen egal wo draußen drin überall nicht einfach haben wir schon die nehmen wir jetzt erst mal aus dem mittel besser ist ja wir hoffen natürlich auch besseres wetter bessere drift alles besser besseren fisch werden sie probiert noch mal ein paar durch zu haschen noch ein bisschen hohen nicht